Du musst vielleicht noch die ganzen medizinischen Vorsilben dir einprägen. Was Contra, Inter, Hypo, Hyper bedeutet, verwechselst die vielleicht auch ganz gern mal, dann bleib dran. Denn in diesem Video zeige ich dir Eselsbrücken und Merkgeschichten, die du dir super easy und schnell und langfristig einprägen kannst. Hi, hier ist wieder der Fabi von Happy Book Campus und in diesem Video merkst du dir 10 Vorsilben in unter 3 Minuten. Versuch dir die Merkhilfen, die Eselsbrücken möglichst gut vorzustellen, zu visualisieren, dann bleiben sie einfach noch schneller und eben auch langfristiger hängen. Also schauen wir mal, ob wir es wirklich in dieser Zeit schaffen. Let's go! Die Vorsilbe Tachi heißt so viel wie schnell. Du könntest dir vorstellen, wie jemand ganz schnell sagt Tachchen, Tachi und wieder abhaut. Also Tachi, schnell. Zum Beispiel Tachi, Kadhi, ein schnelles Herz oder zu hoher Puls. Als nächstes die Vorsilbe Trans heißt über oder hinüber. Wie kannst du dir das vorstellen? Oder ja merken, die Transsibirische Eisenbahn fährt über Schienen hinüber in ein anderes Land. Wie zum Beispiel bei Transplantationen, wo ja irgendetwas von dem einen Ort hinüber zum anderen Ort verpflanzt wird quasi. Als nächstes Inter heißt ja zwischen. Und du könntest dir vorstellen, ein Internatschüler, der zwischen Heimat und zu Hause zwischen, dazwischen immer hin und her bändelt. Also Inter, zwischen. Beispiel Interkostalraum, der Raum zwischen den Rippen. Dann als nächstes Hypo und Hyper, damit du das nicht verwechselst und ein für alle Mal auseinanderhalten kannst. Hypo ist bei uns immer das Hippo, also das Nilpferd. Und was heißt das Ganze? Hypo heißt unter oder gering. Ja vielleicht kannst du dir vorstellen, dass Hypo, also das Nilpferd, wie es die vielleicht nur noch in geringer Anzahl gibt. Und dass sie unter Artenschutz gestellt wurden deswegen. Also unter und gering. Zum Beispiel bei der Hypotonie eben geringer Blutdruck. Hyper, könntest du dir vorstellen, jemand der hyperaktiv ist. Also über, über dem eigentlichen Maß aktiv. Deswegen Hyper eben heißt über. Kontra. Dann die nächste Vorsilbe. Kontra. Kontra heißt gegen. Du stellst dir vor, wie jemand mit einem Kontrabass, weil das vielleicht so ein großes Musikinstrument ist, gegen den Baum rennt. Kontra, gegen. Zum Beispiel bei der Kontraindikation. Dann was auch ganz gut dazu passt, Anti. Du könntest dir einen Anti, also einen Andreas zum Beispiel, wenn du jemanden kennst, vorstellen, der auch gegen den Baum rennt. Vielleicht kannst du dir einen Anti mit dem großen Kontrabass vorstellen, mit dem du gegen den Baum läufst. Damit weißt du dann, dass beide Sachen gegen heißen. Also Anti, gegen. Dann die Vorsilbe Ass heißt Ein. Denn du könntest dir vorstellen, wie du vielleicht Karten spielst und leider nur eine Ass hast. Also Ass Ein. Zum Beispiel eben bei der Aspiration, bei der Einatmung. Dann die Vorsilbe Poly. Mehrfach oder viel. Du musst vielleicht mehrfach oder viel deine Scheibe polieren, wie Poly, damit sie sauber wird. Also Poly, mehrfach oder viel. Zum Beispiel bei der Poly-Uri, also zu viel Urin. Dann die Vorsilbe DE oder D heißt Rückbildung. Und du könntest dir vorstellen für DE als Abkürzung für Deutschland, dass sich Deutschland zurückbildet oder vielleicht die Flagge immer kleiner, immer kleiner wird. Also DE, D für Rückbildung. Zum Beispiel bei der D-Kompression, also dem Druckabbau. Ja, herzlichen Glückwunsch. Du hast dir hiermit 10 Begriffe in kürzester Zeit eingeprägt. Ich hoffe, es hat für dich geklappt. Wenn ja, lass gerne einen Daumen nach oben da. Teil das Video gern. Abonnier auch gern unseren Kanal. Auch das Glöckchen aktivieren. Die meisten oder du vielleicht hast den YouTube-Kanal vielleicht von uns noch nicht. Ja, abonnier dann. Ja, abonnier gern den Kanal und klick aufs Glöckchen. Dann erfährst du, wann die nächsten Videos ja kommen und du verpasst dann auch wirklich kein Video mehr. Ansonsten kann ich dir empfehlen, versuch das Ganze mal aus mit weiteren Vorsilben. Oder nutze es auch bei Endungen. Du kannst zum Beispiel die Endung ITIS auch genauso dir einprägen, indem du ITIS in Bild umwandelst und das dann mit eigentlichen Bedeutungen verknüpft. Zum Beispiel ITIS könnte man einen stinkenden ILTIS wie ITIS sich vorstellen, der sich entzündet und in Flammen aufgeht und vielleicht vor Schmerzen schreit. Und dann weißt du, Endung ITIS, der ILTIS eben für Entzündung. Und so kannst du es auch mal mit anderen Begriffen machen, mit Vorsilben, mit Endungen. Es geht auch mit anderen Namen, Begrifflichkeiten, was du sonst vielleicht dir einprägen möchtest. Ich wünsche dir viel Erfolg und Spaß beim Ausprobieren. Ich kann es dir nur empfehlen, auch bei anderen Themen einfach mal anzuwenden, zu nutzen. Wie gesagt, gerne einen Daumen nach oben, wenn es für dich geklappt hat. Oder du andere Beispiele und lustige Beispiele und Geschichtchen hast, dann schreib es gerne in die Kommentare. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Video mit dabei sein wirst. Und in diesem Sinne viel Spaß und Erfolg beim Lernen. Mach's gut, ciao.